Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Sie gefällt mir, nachdem ich sie jetzt schon das vierte Mal erlebe, sehr, sehr gut. Sie gibt einen sehr weiten Überblick über Anbieter, aber auch über das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Staat. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Es waren sehr interessante Vorträge, aktualitätsbezogen, also wirklich sehr interessant und man kann davon profitieren. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Ausgezeichnet. Ich bin begeistert, dass so viele Leute da sind und ich bin begeistert, dass sich so viele für Usability eben ein Thema interessieren. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Also ich muss sagen, die Agenda 2020, ich bin jetzt schon das dritte Mal da, zweimal bin ich als Gast und heuer sind wir als Aussteller da. Ich muss sagen, es haben schon, wie ich als Gast war, sehr viele Kontakte ergeben, nachhaltige und jetzt da als Aussteller auch. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Agenda Austria 2020 ist wie jedes Jahr ein voller Erfolg. Interessiertes Publikum, sehr gute Referenten, engagierte Diskutanten, interessierte Leute an den Ständen. Was Schöneres kann man sich nicht wünschen. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Ja, gefällt mir sehr gut, sehr informativ, gute Sprecher, also sehr gutes Publikum und interessante Themen. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Ja, bisher sehr gut, es sind immer hochkarätige Gäste da in der Podiumsdiskussion, bei den Vorträgen, man erfährt viel Neues, man kann sich auch super unterhalten und netzwerken mit den anwesenden Personen, also hervorragend, ich kann es weiterempfehlen. Ich finde die Mischung der Themen sehr gut, sehr praxisnah und sehr aktuell und alles in allem eine schön abgerundete Veranstaltung, auch vom Format, Vorträge, Diskussionen. Die Agenda 2020 ist wie immer eine extrem erfolgreiche Veranstaltung, absolut kompetente, vortragende, extrem interessantes Rahmenprogramm, also ich muss sagen, eine gelungene Veranstaltung und freue mich jedes Mal anwesend zu sein. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Ja, sehr spannend finde ich das, also sehr interessant und ich finde, die Themen, die diskutiert sind, sind sehr in der Zukunft gerichtet und das finde ich total spannend und interessant. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Also sehr interessant, also sehr gut organisiert, so wie jedes Jahr sehr gut organisiert, interessante Gespräche, interessante persönliche Gespräche und aus diesen zwei Tagen ergeben sich meistens für das ganze nächste Jahr dann einmal in einem Monat, in zwei Monaten, manchmal in einem Jahr, manchmal in fünf Jahren wieder einmal eine Begegnung, Begegnung, die dann wieder weiterbringt, das Projekt oder das Vorhaben oder was auch immer. Ja, wie jedes Jahr sehr gut, sehr in die Zukunft gerichtet. Was mir heute besonders gefallen hat, ist die Abwechslung zwischen politischen Dialogen auf der einen Seite und dann diesem technischen Vortrag von der HP und dann auch das steuerrechtliche, also die Bandbreite ist dieses Jahr wirklich wieder sehr groß. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Die gefällt mir sehr gut, sie bringt viele neue Informationen, besonders über Dinge, die man sonst im freien Arbeiten nicht erfährt und daher ist es besonders interessant, einmal eine andere Sichtweise kennenzulernen, nämlich von Profis, für Profis aus einem anderen Bereich. Wie gefällt Ihnen die Agenda Austria 2020? Also die Agenda ist sehr vielversprechend, sehr breit aufgestellt, ich glaube, der Mix zwischen IT und Wirtschaft ist sehr gut aufgebaut und ich freue mich schon auf die Nachmittagsveranstaltungen, wird sicher sehr interessant noch. Ich finde die Agenda Austria äußerst interessant mit einem Mix an Themen, mit einer großen Themenvielfalt, einigen tollen Schwerpunkten und ich genieße es bis jetzt sehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal.